Liebes Würmchen, hallo. Ich habe mir monatelang, tagelang, auch nächtelang den Kopf darüber zerbrochen, was ich dir an unserem schönsten Tag im Leben schenken kann. Ich habe mir gedacht, ich schenke dir was Originelles, denn in den kommenden vier Minuten wird das gesungene Wort, meine Gefühle, meine Empfindung und meine Wahrnehmung dir gegenüber ganz gut widerspiegeln. Ich nehme dich zurück, wünsche dir viel Spaß, ein Kompliment an meine Frau an. Wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise. Die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise. Die Schaumkrone, der Woke, der Begeisterung. Bergauf, mein Antrieb und Spur. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chillout Area. Meine Feiertage in jedem Jahr. Meine süßen Wagenabteilung im Supermarkt. Die Lösung im Alpass hat. So wertvoll, dass man es sich gerne aufspart. Und so schön, dass man nie darauf verzichten mag. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Für mich fühlst. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Geht da noch was? Akustik Avenue. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. 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 Ich möchte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und ich habe mich fühlst. Für mich fühlst. Ich habe mich fühlst. Für mich fühlst. Ich habe mich fühlst. Untertitelung des ZDF, 2020